Moin Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwehr. Ich habe Post bekommen, das zweite Paket, sprich die zweite Lieferung von der Soleil Royale ist da. Wollen wir mal gleich aufreißen. Mal gucken, was uns erwartet. Oh, ein Haufen Zoll. Eine riesengroße Tüte und hier steht drauf Pak 2. So, da kann ich mich ja erstmal durchwurschteln, was da alles drin ist und welche Ausgabe welche ist. Die üblichen Verpackungen mit Spanten und Leisten und Deck und so weiter und so fort. Hier kann man schon erkennen, dass es mal ein Niedergang werden soll. Hier ist ein Stück Deck und eine Lafette für eine Kanone. Wie auf Stichwort, hier sind Kanonen drin. Hier schon der Loskiel vom Achter Schiff. Dann haben wir nachher auf jeden Fall auch die Gesamtlänge vom Schiff. Also wie gesagt, das ist ein Haufen Zeug. Ich kann ja mal durchzählen. Zwei, zwei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh, zwölf Ausgaben sind das. Und die wollen alle verbaut werden. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn ich die Sole Royale weiterbaue. Schaut weiter hinzu. Und hiermit sage ich wieder Tschüss, macht's gut, Ahoi und Kikmovella in. Schaut weiter hinzu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020